Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Erst die Beherrschung von Impulses. Also, ähm, so. Testkamera 10. Okay, jetzt müssen wir... Hä? Hm, darf man denn nie auslassen? Okay, sieht aber nicht nach nem Radio aus, ich höre auch nix. Dann gehen wir nochmal hoch. Jetzt müssen wir Sprünge vollführen. Okay, da oben sind wir. Ich mein hier lag, das Radio irgendwo da, aber ist oben drauf, bei so nem Ding. Spetakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Jetzt muss ich mal genau finden. Ah, da ist das Radio auch, ähm. Tja, wie komm ich da jetzt dran? Na, komm. Okay, jetzt muss ich das Portal... Waaah. Fail Nummer 1. Ähm, wenn ich das jetzt... ...da an die Seite mache. Ah, da haben wir es. Müssen wir einfach noch hier unten bringen. Wunderbar. Ah, dum, 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 dum. Oh. Jetzt springen wir nochmal durch. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Das ist eine große Hilfe. Und da ist auch der zweite Teil unserer Portalkanone. Oh, wieder mit Kugeln an den Kopf und Giftigem Wasser. Ich muss aber erst mal, wie komm ich hier raus, so. Ähm. Tja, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich muss da vorne hin. Da kann ich mir jetzt das nächste Mal das Portal geben. Oh, zack. Knöppchen drauf. Macht das Knöppchen. Da oben. Kommt das Ding jetzt noch durch? Oh, nö. Wo müssen wir denn da hin? Oh, nö. Das geht so nicht. Oh, nö. Jetzt hab ich gepennt. Auf jeden Fall, das Portal ist schon mal oben. Ähm. Na, komm her. Hier bin ich. Auf so Art hab ich ja keinen Geduld. Ja. Wunderbar. Ich hab doch eben gerade noch gehört. Ähm. Hui. Ähm. Jetzt müsste ne Kugel kommen, aber jetzt kommt keine. Das ist kaputt. Okay, willst du nur anders machen? Ähm. Halt dich selbst ein bisschen. Das ist jetzt immer noch das Falsche. Wenn ich jetzt in dem Portal dieses Kugelaufnahme gehe. Dieses ist da. Oder ist das Portal dahin? Jetzt fliegt das dahin. Die Kiste. Okay. Ich hör doch das Rad. Ah, da ist es. Da ist das Radio. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektivität. Ja, komm. Oh, ich hab ja. 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 Das Gerät hat jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektivität. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich mit dem Radio machen muss. Wenn das... Da oben denke ich nicht, dass es muss eher hier unten irgendwo hin. Das könnte dann doch wieder... etwas komplizierter werden. Ja, fail. Das geht ja eher nicht. Nein! Hm. So, wie komme ich jetzt an das Radio dran? Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Ich glaube, ich mag. Also, als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjektivität. Ich könnte das einfach mal riskieren. Okay. Äh, das funktioniert. Das funktioniert. Die sind aber auch noch falsch. Und jetzt ist der Knopf weg. Ist das in die Mitte? Ja, ich glaube, ich muss in die Mitte. Wunderbar. Jetzt können wir das nochmal probieren. Klappt sogar. Ähm. Und weiter geht's. Okay. 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 Das kann man zwölf, äh, wieder mit, äh, mit unseren Schönern. Wir für die Schönern. Und wir stehen jetzt in den Nachbarn. Ich glaube, hier war das dann auch mit dem, äh. Also, hören, durch das Radio. Ja, wo ist denn? Ich... Ja, da muss ich da mal. Oh. Tut doch weh. Ähm. Ja, komm. Das war doppeltämlich. Na, komm her. Zack. Und jetzt. Was mache ich jetzt am besten? Ich könnte es irgendwie so machen. Da steht's nämlich. Okay, jetzt brauche ich irgendwie eine gerade Wand zum, sowas wie da. Ich könnte es nicht so machen. Hier kann ich keine Portale schießen. Hier kann ich keine Portale schießen. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich spring einfach nochmal mit. Ich spring einfach nochmal. Warte mal. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Da ist ein Würfel. Wenn ich das jetzt mal mache. Hm, das geht auch nett. Ähm. guck mal. Ich muss das mal. Okay. So hätten wir es auf jeden Fall schon mal gelöst. Aber das bringt mir nicht viel. Außer wenn ich das jetzt nochmal so schaffe. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Ja, nein. nein, 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 nein. mit ich rufe mir nachdem das künft oben der gerade wand ist die die so geht es auch hier unter ich vergesse steht ich hatte es doch gesehen da stand das noch eine Reihe höher und ich habe es jetzt verpeilt ich meine schon dass das da irgendwo drauf da steht es doch ok hier stimmt es nicht ich habe es nicht schon besser aus. Funktioniert doch. Na geht doch. Müssen wir das Ding jetzt? Ne. Brauchen wir gar nicht. Ein Portal Drop. Und rüber. So. Damit wäre auch dieses Level abgeschlossen. Und noch einen Schluck trinken. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht. Zwölfte Kammer oder? Na komm. Dreizehnte Kammer. Ah das ist auch eine Ausforderung. Mal kontrollieren. Könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Okay. Wenn Ihnen schwindig wird vor Dorst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. Also. Also. Aufmerksam. Und dann. Ein Intubationsmitarbeiter.